Die Tierhaltung, die Lebensmittelproduktion vernetzt sich heute mehr und mehr. Die Eurotier ist die Weltleitmesse für Technik in der Tierhaltung. Alle Bereiche der Tierhaltung, alle Innovationen mit einem großen Innovation Award finden Sie dort. Es geht viel auch um Tierwohl, auch das wird prämiert. Sie finden auf der Eurotier alles das, was Sie weltweit für die Tierhaltung brauchen. Hinter dem Motto Farming in the Food Chain steht der Gedanke, dass Tierproduktion heute nicht mehr alleine auf dem landwirtschaftlichen Betrieb stattfindet. Sie ist Bestandteil einer ganzen Kette, die fängt an mit dem Futtermittelproduzenten und endet im Lebensmittelhandel an der Ladentüche. Entlang dieser Kette muss ganz viel an Daten transportiert werden, muss intensiv vernetzt werden. Das ist Farming in the Food Chain, das Motto der Dessertung. Das ist Farming in the Food Chain, das Motto der Dessertung.